Stell dir mal vor, du bist auf einer Konferenz gewesen und dort hast du eine Glaubensfamilie kennengelernt. Ihr versteht euch ganz gut und dann verabredet ihr euch. Und eines Tages fährst du dorthin und du wirst gut empfangen. Ihr habt Kaffee und Kuchen und dann soll es jetzt ein bisschen Austausch geben. Du hast auch eine Rückreise, der Gastgeber zeigt ja ein paar Fotos. Und er spricht davon, dass eines Tages wird es wohl einen dritten Tempel geben. Du fragst, wo soll denn dieser gebaut werden? Und er sagt, vermutlich auf dem Tempelberg. Israel ist auch gerade dabei, die rote Kuh zu finden oder ist gerade dabei, es zu suchen, wie auch immer. Und man fragt jetzt, wo die Söhne Zadogs bleiben werden und ob die Leviten wieder auffindbar sein werden. Und das wird auch spannend sein, sagt er, weil das Gräuel der Verwüstung kommt noch. Der Antichrist wird sich eines Tages in einem Tempel setzen und das kommt zukünftig noch auf die ganze Welt zu. Und du fragst, naja, aber was hätte das mit unserem Alltag zu tun? Nun, das mag ja sein oder nicht sein. Und schon mal Klammer auf, Klammer zu. Es wird keinen dritten Tempel geben. Die Bibel spricht nicht davon. Und was auch immer gebaut wird, eines Tages, wir haben eigentlich kaum Interesse daran zu haben, weil es ändert überhaupt nichts an unserem Alltag. Der Alltag ist da, wo wir zu kämpfen haben. Und das ist da, wo unser Fokus sein soll. Der Gastgeber sagt aber, nun aber das Thema ist wichtig und er fängt an zu zitieren. Aus Daniel Kapitel 9, er zitiert aus Markus Kapitel 13, aus Matthäus 24, aus Zona Thessalonicher Kapitel 2, Ezekiel 40 bis 48 durch. Und du sagst aber, wir haben doch morgen jetzt hier ein Gespräch auf der Arbeit über eine Beförderung. Und ich wollte eigentlich mit dir drüber sprechen, weil es wird viel mehr Arbeit und viel mehr Zeit jetzt mir abverlangen. Dadurch verdiene ich mehr, aber kommt meine Familie zu kurz? Das sind so die Themen, die wir jetzt gerade auf der Autofahrt hierhin hatten. Könnten wir uns darüber unterhalten. Oder wie sieht es morgen aus? Haben eure Kinder gar keine Schul-AGs oder Prüfungen oder Leistungskurse? Oder Dinge, die sie noch vielleicht extra machen, die euch vielleicht beanspruchen? Oder wie geht ihr mit diesen Dingen um? Wie sieht es aus mit eurem Herz? Was macht ihr auf der Arbeit, wenn Menschen lästern? Wie geht es darum, wenn die Kinder eines Tages erwachsen werden und sollen Ehepartner kennen? Wir kennen Menschen um uns herum in den Gemeinschaften, die sind introvertiert, die leiden darunter. Tausendundvier Themen könnte man besprechen, außer über sowas zu sprechen. Und warum sitze ich jetzt hier und spreche darüber, dass es gar keinen dritten Tempel geben wird, weil die Bibel gar nicht darüber spricht. Es ist für uns vollkommen irrelevant, was wo gerade wer baut. Weil was wir bauen sollten, ist unser Glaubensleben im Alltag. So, warum sitze ich also hier und spreche darüber? Aus dem gleichen Grund, warum ich hier sitze und über andere Themen spreche, wie zum Beispiel Offenbarung und Historie. Weil es hat immer einen direkten oder indirekten Bezug zu unserem Alltag. In der ersten Instanz ist es halt so, dass der Alltag, um den es ja eigentlich geht und der ja im Fokus sein sollte, dass wir den Alltag leben für Jeschua, ist Priorität Nummer 1, wenn wir hier im Glauben leben wollen. Denn wo sonst sollten wir ja unseren Glauben ausleben und praktisch umsetzen, außer in dem Alltag. Das ist, worum es geht. Deswegen kann ich mich nur mit sowas beschäftigen, wenn es mit dem Alltag zu tun hat. Wie zum Beispiel, dass man jetzt sagt, naja, wenn ich weiß, dass es noch einen Tempel geben wird, dann wird es ja erst schlimm und ernst, wenn man anfängt, diesen Tempel zu bauen. Und deswegen reden wir darüber. Das glaube ich ja gar nicht. Das ist ja eine Öllehre. Jeder Tag ist wichtig. Ich muss nicht warten, bis die Drangsaal losgeht. Ich sollte schon vorher an dem ich mich vorbereitet haben. Das ist ja, was Maschiach sagt, Matthäus 25. Die törichten Jungfrauen, die kein Öl hatten, die haben in der Zeit, wo es möglich war, sich nicht vorbereitet für die Zeit, die kommt. Also, statt eine Lehre rauszubringen, wo jetzt Menschen darauf warten, dass dann erst wird es schlimm oder dann erst gibt es die Zeugen, wenn ich die wirklich sehe, in Yerushalayim und dann weiß ich, die Endzeit ist angebrochen und fange jetzt erst an mit dem Alltag, was für ein Trugschluss. Das ist, was ich vermute, was daraus resultieren könnte. Das wäre eine Weise, wie eine solche Lehre mit dem Alltag zu tun haben könnte. In diesem Fall negativ. Ich wüsste eigentlich nichts Positives, weswegen man über sowas spricht. Was ich noch vermute, ist, dass der Alltag, der ja gelebt werden sollte, da kommt es viel zu kurz. Da gibt man sich keine Mühe. Da ist man introvertiert und schüchtern und geht nicht voran und denkt, es muss nicht sein. Und weil Christen ja eh arm sein müssen und die sollen ja immer demütig sein, brauche ich mich auch nicht zu kümmern über Wirtschaft oder Finanzen, dann ist ja egal, wie ich aussehe, wie ich wirke. Hauptsache, ich bin demütig und introvertiert. Und nenne das Glaube, weil ich ja weiß, dass es eines Tages einen Tempel geben wird, den ich gelesen habe, angeblich aus Ezekiel 40 bis 48. Okay? Reinster Humbug. Deswegen, weil der Alltag zu kurz kommt und man sich da keine Mühe gibt, weil man da nicht glänzt, weil man da gewisse Dinge nicht geregelt bekommt. Deswegen stützt man sich ganz lange auf solche Sachen, denn man muss sich ja mit etwas Biblisches hier beschäftigen. Und deswegen tut man das. Das ist eine Vermutung. Deswegen spreche ich es an, dass, wenn Menschen jetzt wirklich suchen und sagen, du sag mal, wird es einen Tempel geben? Ja, nein. Wäre meine erste Antwort, wie jetzt hier in einem Gespräch bei der Glaubensfamilie, es ist vollkommen irrelevant. Ich habe die gleichen Herausforderungen, bis Maschiach kommen wird, sowieso. Warum nicht dafür die Zeit investieren? Aber lass uns über dieses Thema doch ein bisschen sprechen. Und ich gebe dir erstmal ein paar Beispiele zu, wenn wir jetzt die Thematik Öllehre jetzt hier mal aufgreifen. Stell dir mal vor, jemand verkündet, dass der Exodus war im Jahre 1445 vor Christus. Ja? Das hat er so aufgegriffen nach seiner Recherche, ist das das Datum vom Exodus. Und dann eines Tages gibt es neue Erkenntnisse, historisch oder irgendwelche Geografen oder Berufe, haben jetzt rausgefunden, dass, naja, wenn wir mal zurückrechnen, es stimmt nicht so ganz. Exodus war im Jahre, eigentlich kann man jetzt ganz sicher, ich nehme es nur als Beispiel, ich weiß es nicht, ganz sicher auf das Jahr 1442 vor Christus datieren. Demnach ist die Verkündigung, dass der Exodus in diesem Jahr stattfand, ja falsch. Wenn es falsch war, dann war es irig und wenn es irig war, dann war es eine Öllehre. Okay? Jetzt konnte man sagen, dieser Mensch, der sowas gelehrt hat, ist ein Öllehrer. Achtung, Öllehrer. Warum? Naja, er lehrt, dass der Exodus fand statt, drei Jahre eigentlich versetzt von, wann der wirkliche Exodus stattfand. Und die Frage und die Antwort wäre, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Es ist eine Öllehre, die, naja, es ist schon gut, wenn jemand seine Daten wirklich auch sauber und intakt hat, aber was kümmert es mich? Ja gut, kann sein, aber bringt es mich jetzt in der Ehe weiter? Also fast kein Bezug. Öllehre, ja, überzogen, dass man jetzt sagt, Öllehre, man muss jetzt hier aufpassen. Was ist zum Beispiel Speisegebote? Wenn man jetzt sagt, die Speisegebote, die gelten auch. Einige sagen, Öllehre, du willst uns wieder unter das Joch bringen. Und Christus hat uns befreit von dem Joch. Nun, hat es einen direkten Bezug auf unseren Alltag? Gewiss, es ist heilsentscheidend. Ich überlasse es jedem, das selber zu überprüfen. Wenn Adonai sagt, das sollst du essen, das sollst du nicht essen und du meinst, du kannst es für dich entscheiden. Das muss jeder vor dem Thron selber klären. Ich rate, die Speisegebote ernst zu nehmen. Und es hat aber eine Grenze, was ernst zu nehmen jetzt hier bedeutet. In der ersten Instanz, ich weiß, es gibt reine Tiere, es gibt unreine Tiere und dann halte ich mich einfach fern. Hätte es einen direkten Bezug? Naja, man hat rausgefunden medizinisch, dass die unreinen Tieren in der Bibel auch gesundheitlich einschränkend sein könnten. Das heißt, vielleicht ist die Kapazität verkürzt von einem jeglichen, der sich da ungesund ernährt. Ich weiß es nicht, aber manche Menschen sind auch 100 Jahre alt geworden, 90 Jahre alt. Und denen ging es gut. Aber vielleicht gibt es da irgendwas Gesundheitliches. Aber ich glaube nicht, dass Gesundheit der Grund war, warum diese Tiere nicht gegessen werden sollten. Habe ich auch erzählt in der Thora Portion Chemini. Kann man darauf achten, muss jeder für sich überlegen. Aber vielleicht hätte es einen Bezug darauf, dass ich jetzt gucken müsste, was esse ich überhaupt. Schaue ich ein bisschen nach, bevor ich da irgendwas koche oder das ein bisschen unterscheide. Stell dir mal vor, daraus kommt aber jetzt eine andere Lehre. Dass jetzt Menschen sich PDFs durch die Gegend schicken. Hast du schon von E-Stoff XY gehört? Und es gibt da 247 Stoffe, die wir alle verstehen müssen. Es gibt es in dieser Verpackung, es gibt es da, es gibt es in diesem Kakao. Und dann fängst du an, dass das eine Lehre wird. Und schon haben wir die wirkliche Öllehre, nämlich diese hier. Guck auf der Verpackung, das was sonst ist, beinhaltet es. Ja, nein und dann entscheidest du dich. Das wäre meine Fasson, von wie man diese Gebote halten sollte. Oder dieses Gebot zumindest. Dieses wäre die Öllehre. Ja, daraus jetzt eine Religion zu machen. Deswegen, ich glaube, dass Menschen nicht verstanden haben, teilweise, was ich rüberbringen wollte, wenn ich über die Tora gesprochen habe. Dann schreiben Leute E-Mails über, wann ist jetzt ein Festtag? Wie soll die Suka sein? Wie lang soll der Bart sein? Dies, das, jenes. Diese Dinge sind fast irrelevant. Es geht darum, dass diese Dinge nicht ins Gehege kommen mit unserem Alltag. Deswegen werden wir vielleicht darüber sprechen, dass wir erstmal einig werden. Aber im Prinzip müssen wir uns wieder dem Alltag widmen. Okay? Also wird jetzt jemand aus meiner Vermutung jetzt ganz lange hier drüber sprechen, es hat gar keinen Bezug zu uns. Wen kümmert es? Okay? Selbst wenn da irgendwas gebaut, nicht gebaut wird, wen kümmert es? Die Bibel spricht auf jeden Fall nicht davon. Jetzt sagen die Menschen aber, aber das ist wichtig. Der Antichrist kommt noch. Zwei Zeugen kommen noch. Vor 14 Jahren, dieses Thema kam mir so absurd vor, das ist nämlich Daniel Kapitel 9. Okay? Daniel Kapitel 9, da haben die Menschen aus den 70 Jahrwochen, und ich konnte nicht verstehen, was da los war. Da gab es so ein Gerede und so ein Spektrum um dieses Thema. Das man sagte, Daniel sagt doch ganz klar, und ich werde das Thema hier nicht ganz aufbauen, Daniel Kapitel 9, die 70 Jahrwochen, aber ich reiße es mal kurz an. Hier in 27 sagt er, und er wird einen festen Bund, daher nehmen die Menschen das. Antichrist, 2000 Jahre später, Tempel wird gebaut, aus diesem Vers. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Dadurch, oder damit ist wohl der Antichrist gemeint. Und zur Hälfte der Woche, das soll wohl in Mitte der Drangsal sein, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und das wird wohl dann sein, in dem Tempel, der gebaut wurde, und dann wird das dreieinhalb Jahre weitergehen mit den Opfergaben, und dann wird er plötzlich da sich umentscheiden, der Antichrist. Aus diesem Vers nimmt man diesen ganzen Unsinn. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Hier in diesem Deutsch etwas schwierig übersetzt, finde ich zumindest, und aus dem Urtext für mich noch schwieriger. Da gucke ich mir das an, und ich bin jetzt nicht so der Hebräisch-Gelehrte, ich verstehe den Text, ich kann mich da durchhangeln, aber ich kann jetzt da nicht solche Texte hier nehmen und alles auslegen. Und ich habe mir den Text schon mal angeguckt, und naja, hin und her, aber auf jeden Fall spricht er nicht von einem dritten Tempel, und auch nicht von einem Antichristen. Jedenfalls vor 14 Jahren habe ich gesagt, was ist mit diesem Thema, ich verstehe es nicht, und dann habe ich angefangen, mir Dinge anzuhören dazu, und habe mir eine Tabelle erstellt, wo ich auch damals versucht habe, etwas darzubieten, ich habe dieses Video, glaube ich, nie veröffentlicht. Diese Tabelle habe ich mir damals erstellt, um auch mein Verständnis, davor habe ich einige Dinge aufgeschrieben, und habe da mal was zusammengestanden, die ist leider beschädigt, es ist eine alte Version, das Programm, und als ich reingeschaut habe vor kurzem, habe gesehen, ich kann damit kaum noch was anfangen, ich kann nichts mehr bewegen, hatte ich keine Lust mehr. Ich habe dann wirklich angefangen, diese Tabelle nochmal neu zu machen, und du kannst dir nicht vorstellen, wie müde und wie erdrückend es ist, sollte Tabellen zu machen. Nicht, weil ich keine Freude dran habe, sondern das ist nicht die Lehre. Ich würde es nur machen, um einmalig etwas zu klären, das ist da, wo meine Freude ist. An der Tabelle und mit dir über Ahnenreihen zu sprechen, habe ich gar keine Freude dran. Okay? Die Freude, die ich habe, ist, wenn ich es erstellen kann, und es dazu führt, dass das Thema jetzt begraben ist, dass wir sagen, okay, zumindest haben wir jetzt ein gemeinsames Verständnis, dann ist es halt so. Und wenn irgendjemand meint, dass er stimmt, damit nicht überein, und dann kommt er und schreibt immer Kommentare, oder schreibt mir E-Mails dazu, dass hier, guck mal, hier, 5,97 kann nicht sein. Wem interessiert es? Mich nicht. Okay? Also, Tabelle habe ich angefangen neu zu machen, und ich habe gesagt, also, muss das sein. Habe dann im deutschen Raum geschaut, und habe ein 14-minütiges Video gesehen, auf Deutsch. Habe mir nur vier oder fünf Minuten angeschaut davon, ich habe immer keine Geduld, mir solche Sachen anzugucken, aber es war sehr gut gemacht, und der Mann, der das da vorgetragen hatte, der wusste auch, wovon er sprach, und es war alles akkurat. Das, was ich da gesehen habe, genauso ist auch das, was Daniel meint. Okay, nun, Gräule der Verwüstung, was angeblich hier Daniel sagt. Was sagt Daniel? Lass uns erstmal kurz mal uns, nur ganz kurz, das ist die sehr, 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 sehr kurze Vision. Daniel stirbt 536 vor Christus. Okay? Ein paar Jahre davor hat er ein Gebet ausgesprochen, und ihm wird gesagt, dass es wird einen Erlass geben. Das ist die wirklich sehr, sehr, sehr kurze Version. Dieser Erlass. Und dieser Erlass ist auf der Zeitachse nach Daniel. Eines Tages, okay, an irgendeinem Tag X, wird es einen Erlass geben, und von da zählen wir 70 Jahrwochen. Manche sagen, 70 Siebende kommt nicht vor im Text. 70 Siebende ist nicht gemeint. 70 Jahrwochen. Gut. Und die 70 Jahrwochen haben nur zu tun mit dem Messias, nicht mit dem Antichristen. Und wenn du mir jetzt eine E-Mail schreiben willst, aber doch, schau mal, meinetwegen, mach es. Ich werde mir das nicht anschauen. Ich weiß, was das Thema sagt. Wenn du eine andere Meinung hast und dein Alltag funktioniert ganz gut, dann ist es halt so. Okay? So, und die 70 Jahrwochen enden auch mit dem Messias und kurz nach dem Messias, ja, passiert noch irgendetwas. Aber, das ist begrenzt auf plus minus 40 Jahre, Kurzversion. Nicht 2000 Jahre in der Endzeit, dass ein dritter Tempel gebaut werden soll. Also, es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Kann man aber, also die 70 Jahrwochen sind abgeschlossen, kann man aber aus dem, was Daniel sagte, weil Daniel spricht von einem Gräuel der Verwüstung, nämlich, wird der Tempel wieder zerstört. Das ist, wo die Vision endet. Der Tempel wird zerstört. Der Tempel, zur Zeit, als Daniel dieses Gebet aussprach, war aber schon zerstört. Und er bekommt jetzt mit, dass der Tempel und die Stadt wird wieder zerstört. Weil, nochmal, kurz, 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 Version, die Vision sucht, aus meinem Verständnis, dem Daniel zu erklären, dass die wieder aufgebaute Stadt Jerusalem ist nicht der Schlüssel zu dem, was wir suchen. Wir suchen die ewige Erlösung. Und das ist auch, was in Daniel Kapitel 9 vorkommt. Wir reden von dem Messias, weil er bringt diese ewige Erlösung. Deswegen ist unser Augenmerk auf das jährische Laim von Drobben. Was hier auf der Erde passiert, von Tempel, nicht Tempel, ist auch das, was Paulus im Neuen Testament sagt. Und ist auch das Thema vom Hebräerbrief. Denn Titus wird im Jahre 70 n. Chr. hier den Tempel wieder zerstören. Das ist Gräuel der Verwüstung, von welches Daniel gesprochen hat. Okay. Es wird noch eine Verwüstung kommen. Wieder nach diesem Ganzen. Es wird wieder passieren. Okay. Deswegen macht es auch Sinn, dass Messias davon sprechen wird. Er kann Matt nicht finden, weil er das Englische haben will. Okay. Dann ist es 2T. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, Achtung, von welchem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligen Orte. Naja, als Jeschua auf dem Ölberg saß, ja, was hätte man sehen können? Na, der Tempel, der Tempel, der noch steht. Guck mal hier, damit fing es ja auch an. Und Jeschua trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg und seine Jünger traten er zu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Dieser Tempel wird wieder zerstört. Bezugnahmend auf diesen Tempel. Also, wenn du hörst, was Daniel, wovon er geschrieben hat, der am heiligen Orte stehen, dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Also sprich, es geht los. Wenn Titus, wenn ihr seht, es kommt nah, das ist die Prophezeiung, die jetzt wahr wird. Jerusalem wird zerstört. Und das Gold in Verwüstung, lies mal Josefus oder was da historisch gesagt wird, vielleicht übertreibt auch Josefus. Ich habe mal eine Zahl gehört von bis zu einer Million Juden wurden gekreuzigt. So sauer war wohl Titus gewesen nach dieser Belagerung. Also auf jeden Fall eine verheerende Zerstörung kam über Judische Leyen. Und davor warnt Jeschua, denn die Vision ist ja schon abgeschlossen mit ihm. Daraus haben jetzt Menschen fiktive Dinge gebaut in der heutigen Zeit über einen dritten Tempel. Und diese Tabelle, wie gesagt, 14 Jahre alt ungefähr, hatte überhaupt keine Freude, das nochmal alles aufzuforsten. Ich habe es, glaube ich, bis zur Hälfte geschafft, habe ich schon erwähnt. Habe nochmal mich rangemacht und habe es bis zur Hälfte und habe gesagt, warte mal, ich mache erstmal eine Pause. Die Zeit, wo ich lange Präsentationen mache, um Dinge zu erklären, die geht langsam jetzt zur Neige. Jetzt mit Offenbarung habe ich nur Freude gehabt, gewisse Dinge zu zeigen, aber dann muss es auch geklärt sein. Das ist nicht die Arbeit, die ich machen möchte, nur Präsentationen zu zeigen. Der Alltag ist das Wichtige. Aber ich bin auch bereit, dass wir über sowas sprechen, wenn es denn was klärt. Das ist der einzige Part oder den einzigen Punkt, wo ich Freude empfinde. Wenn das geklärt ist und wir können das angehen, was wichtig ist. Wie sieht dein Alter aus? Wenn der gut läuft für Messias, du bist ein Zeuge, meinetwegen. Guck dir mal an, was über einen Tempel gesagt wird, aber du wirst schnell feststellen, es gibt keinen. Es ist nur Hype und Menschen beschäftigen sich jetzt damit, als ob das Verständnis darüber irgendeine Heilsentscheidung jetzt hier verspricht. Gar nichts tut es. Es frisst nur Zeit auf und Menschen debattieren gerne darüber und dann schicken sie sich E-Mails hin und her und die fühlen sich scheinbar ganz heilig. Und mich kümmert es kaum, ob du jetzt sagst, deine Sichtweise ist besser oder deine Sichtweise ist kürzer. Es kümmert mich kaum. Weil der Punkt ist, wo ist der Alltag? Macht Sinn, es wird keinen dritten Tempel geben. Verschwende deine Zeit nicht. Was auch immer irgendwo gebaut wird, guck es dir kurz an, hör hin und schau nur, wie wird dein Alltag dadurch verändert oder wie ist der Anspruch auf dich, was du hier machen sollst. Denn wir stehen eines Tages vor dem Thron und da wird Rechenschaft gefordert von uns, wie wir mit Ressourcen, mit Zeit, mit Investitionen umgegangen sind und was für ein Zeugnis wir waren. Okay? Okay. Also der gleiche Unsinn, der damals erzählt wurde, warum ich mir überhaupt diese Tabelle erstellt habe, ist der gleiche Unsinn, der heute auch noch hier verzapft wird, indem man sagt, guck mal Markus Kapitel 13, da wird doch ganz klar gesagt, dass, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sein sollte, wer es liest, der beachtet, dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Hier, guck mal, der Text sagt doch ganz klar, dass es ein fester Kreis ist, der gemeint ist. Er meint doch hier zu einer Zeit, wo Menschen noch in Judäa waren. Es betrifft uns doch heute nicht mehr, dass wir, wenn wir in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Ja? Und soviel dazu, immer nach Jerusalem zu pilgern, wenn überhaupt die Drangsal losgeht und du siehst, dass diese Aspekte, wenn wir mit der Drangsal zu tun haben, dann wäre Judäa, sprich Jerusalem, der letzte Ort, wo du sein solltest. Also die These nach Jerusalem hochzuziehen, um irgendwas zu feiern oder hin zu pilgern, das macht ja keinen Sinn. Okay? Aus religiösen Gründen zumindest, macht überhaupt keinen Sinn. Also, kümmer dich um den Alltag, das ist, worum es geht. Das ist nicht, was hier gemeint ist, dass eines Tages der Antichrist sich in einen Tempel setzen wird. Und jetzt hier zum Abschluss, Zodatessalonicher 2, da wird jetzt jemand sagen, aber guck doch mal hier, hier steht es doch ganz klar drin. Denn hier in Vers 4, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und dann sagt man, guck doch mal hier, der Tempel ist gemeint und der Antichrist wird sich hier reinsetzen. Aber was für einen Sinn macht das? Paolo schreibt doch hier an die Thessalonicher und es macht doch keinen Sinn, dass er eine Frage dort klärt oder etwas adressiert, was die dort verstehen mussten, aber es betrifft sie gar nicht, es passiert erst in 2000 Jahren. Okay, und damit schließe ich, dass in der Tat ist es so, dass die Bibel, wenn etwas in der Historie vorgekommen ist und die Menschen dort und dann mit der Information etwas anfangen mussten, also die brauchten die Information, meinetwegen der Tempel wird zerstört und die leben gerade dort und der Tempel ist auch da, dann brauchen sie diese Information. Es wäre aber nur geschriebene Historie für uns, wenn wir nichts draus ziehen können. Stell dir mal vor, alles was mit Ezekiel da einherging, ist auch abgeschlossen in dem Zeitrahmen, wo Ezekiel lebte. Gut, dann kann ich das lesen wie ein Literaturbuch in der Schule oder als ob ich eine Facharbeit schreibe. Das ist aber nicht der Grund, warum die Schrift aufbewahrt wurde. Deswegen, es kann sein, dass Aspekte, geistige, allgemeine Weisheiten da für mich greifbar sind. Was ist zum Beispiel, wenn in der Endzeit dieses Wiederhervorkommt, dass der Tempel zerstört wird, wie der Tidus es tat, ist ein Sinnbild dafür, dass der Feind zerstört, weil die Gemeinde es zulässt, den Tempel, um den es geht. Einigkeit zwischen den Geschwistern, wahre Anbetung von Jeschua, wie es sein sollte. Ja, den Vater in Wahrheit und Geist anzubeten, Jeschua zu ehren mit seinem Leben, dass man auf die Geschwister achtet und den Nächsten höher achtet als man selbst. Das wären eigentlich die Kernpunkte des Glaubens und das fangen Menschen an, nicht mehr zu achten. Und das ist, als ob der Feind, der Antichrist, sich in den Tempel gesetzt hat. Warum sucht man nicht da? Das ist die Deutung, die für mich am ehesten, am schnellsten, am meisten Sinn machen würde. Menschen werden kalt, ließ man Matthäus 24 durch, genau das sagt er auch. Menschen werden kalt werden, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird erkalten, Menschen werden einander verraten, etc. Wegen dieser Sache, dass Menschen werden immer weltlicher, ein Riesenabfall, was auch im Thessalonicher steht, das ist die wahre Bedeutung von einem Tempel, wo der Antichrist sich reinsetzen wird. Der Tempel Gottes, der Mensch ist der Tempel. Und der Mensch wird sich immer mehr den Gräuel und den Götzen und das Unwichtige, das Nichtige zuwenden und vergisst die Anbetung, um welches es geht. Und genau das erfüllt sich darin, dass Menschen sich zanken und zoffen und sprechen über den dritten Tempel. Genau das, was die Bibel voraussagt, machen sie, indem sie über den dritten Tempel sprechen. Also tapp nicht in die gleiche Falle, hoffe der Vortrag war dir in der Erbauung. Wenn du dieses Video teilen möchtest, kannst du gerne tun, kannst den Kanal auch gerne abonnieren. Wenn du diese Arbeit, die ich mache, unterstützen möchtest, kannst du auch gerne tun. Die Info gibst in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.